hallo meine lieben freunde hier ist der frank schuh von elliott weber live hier hat mich unter den kommentaren bei youtube jemand gebeten noch mal auf paypal zu schauen ich möchte eins vorausschalten vorausschicken und bitte ich möchte dabei nicht kleinkarriert wirken allerdings ich sage immer extra liebe freunde wenn ihr über das maß hinaus was ich hier eh schon liefere noch wunschanalysen habt dann wäre es für mich oder würde es für mich zum guten ton gehören doch dann wenigstens auch eine kanalmöglichchaft abzuschließen ich werde obwohl das in diesem fall meines wissens zumindest nicht der fall ist oder war dennoch diese aktie analysieren weil sie für viele von euch von interesse ist aber ganz ehrlich ich möchte jetzt auch niemandem unrecht tun sollte diese person unrechtes bemerkt habe doch mitglied gewesen sein dann entschuldige ich mich vorneweg doch wenn man schon hingeht und so frank und frei solche wünsche äußert dann wäre es doch wirklich nicht zu viel verlangt dafür auch einen ausgleich anzubieten man könnte es ja sogar in form einer einmalzahlung machen und und ich möchte deswegen nicht frei verstanden werde es geht gar nicht darum dass ich auf dieses geld angewiesen bin es geht um das verhältnis was wir zueinander haben es geht darum dass es ein geben und nehmen ist weil ich das einfach für so wichtig erachte also damit jetzt auch genug zu diesem thema das würde mich tatsächlich freuen und ihr könnt mich dann auch als mitglieder als kanalmitglieder gerne bitten analysen für euch zu machen weil ich liebe es analysen zu machen und jetzt in diesem fall werde ich euch auch genau mitnehmen und ich werde von der pike auf hier mit euch eine paypal analyse erstellen ja aber bitte seid so lieb seid so fair seid so aufrichtig und denkt dabei nicht nur an euren eigenen nutzen und vorteil sondern bleibt einfach nichts schuldig das war es dann dazu paypal ist ein sonderfall hier seht ihr einen nackten chart in diesem fall von fxcm und ihr seht dass dieser chart in das jahr 2015 zurückgeht jetzt muss man folgendes wissen ebay hat im jahre 2002 paypal als eigenständiges unternehmen gekauft da war auch damals elon musk unter und unter anderem mit dabei und paypal war damals ein eigenständiges unternehmen aber 2002 hat ebay das ding übernommen und war damit der größte hauptaktionär oder der hauptaktionär auch damals bereits wurde paypal unter dem ticker symbol pypl wie man hier sehen kann an der nasdaq gelistet ja und im jahr 2002 haben die dafür 1,5 milliarden us dollar hingeblättert um die aktien zu kaufen so und es war eine eigenständige firma aber gehörte halt eben komplett zu ebay und paypal wurde dann aber im jahr 2015 und da kommen wir jetzt hier hin wo wir sind wurde wurde 2015 da gab es eine änderung paypal wurde damals von ebay abgespalten und wurde ein eigenständiges börsennotiertes unternehmen was es im prinzip vorher auch schon war aber diesmal ohne den hauptaktionär ebay also es wurde sozusagen neu gelistet das ist der grund weswegen die kurse die wir offiziell bekommen erst im jahr 2015 anfangen wenn man aber jetzt folgendes berücksichtigt als das unternehmen damals 2002 an die börse ging da war der emissionskurs 13 us dollar pro aktie das lag schon über dem ursprünglich geplanten über der preisspanne von 12 bis 14 dollar es gab damals 5,4 millionen aktien und das hat dann damals 70 millionen dollar in die kasse gebracht und dann wurde aber bereits schon am gleichen tag die aktie so gehandelt dass erst mal während des tagesverlaufes die aktie bereits auf erst 20 dollar stieg und das tagessuch lag dann bei fast 23 dollar wenn wir jetzt hier in den chart schauen haben wir unten das tief ungefähr im bereich von 28 29 dollar bedeutet also wenn wir hier unten mit einer mit einer null anfangen mit dem start dann liegen wir gar nicht so falsch wir müssen also hier nicht bei 13 oder bei null anfangen das hier reicht uns im grunde genommen schon und wenn ihr jetzt so einen chart vor euch seht hier in diesem fall dann könnt ihr schon mal davon ausgehen hier ist ein tief hier ist das höchste hoch ist hier so und dann ist hier unten ein tief also kann man schon mal daraus folgendes schließen hier oben ist irgendwo eine 1 die frage die sich jetzt noch stellt ist natürlich okay ist das jetzt die 1 oder ist das die 1 es könnte ja auch so sein dass wir sagen okay hier ist eine 1 ich mal das mal eben einfach so ein ich kann das gleich wieder löschen das wird ausführlich leute das ist nur für die leute die geduld haben ja bitte wenn ihr sagt das ist mir alles zu langatmisch dann lasst es und geht direkt weg da brauchen wir dann nicht wieder die kommentare dafür so jetzt kann man die 1 hier hinsetzen und dann hier abc machen dann wäre das die 2 man könnte die 1 auch hier hingesetzt haben und dann hier eine 2 zählen aber das ist jetzt egal dann kann man sagen okay das ist eine 3 das ist eine 4 und das ist eine 5 dann wird es aber hier etwas schwierig weil hier wie zähle ich jetzt hier eine abc deswegen könnte man auch genauso sagen okay was ist denn wenn ich hier irgendwo eine 3 hin mache nehmen wir jetzt mal das hier einfach so also ich stelle das jetzt zur diskussion ja also deswegen mache ich das damit ihr euch in diese welt hier mal begeht und so tut ihr steht jetzt vor der entscheidung was mache ich jetzt mit dem ding hier ich ziehe das mal ein bisschen auseinander und jetzt könnte ich sagen ich kann die 4 auch hier hin machen dass hier zum beispiel die a und die b überschießt und hier auch die a und die b noch mal über die b überschießt das ist kein problem das darf und das kann jetzt könnte man hier sagen okay dann wäre das hier jetzt als beispiel eine a eine b und wo ist der tiefste punkt im grunde genommen da wo wir jetzt sind der ist also noch gar nicht fertig so und dann wäre das die 2 also jetzt müssen wir folgendes hier machen ich ziehe das wieder zusammen und wir machen jetzt daraus eine übergeordnete einen übergeordneten zyklus das heißt hier unten ist unser anfang hier oben ist eine 1 dort das heißt diese fünfe bewegung gibt wird in dieser 1 hier unten mache ich jetzt mal testweise eine 2 die können wir immer noch verschieben ich mache es nur dahin damit ich schon mal verankert ist und gehe dann dann macht er mir eine 3 und so weiter und so weiter so jetzt gehen wir hin und schieben das hier noch mal gerade das hat sich hier überlagert und damit haben wir jetzt schon mal hier auf jeden fall im moment schon mal eine mögliche zählung so jetzt kann man hingehen und sagen okay das hier das geht mit der motive software relativ einfach unterteilen wir noch mal indem wir decompose one level machen diese gesamte fünfe bewegung wird jetzt noch mal in unterwellen unterteilt wenn ich das hier anklicken ich könnte jetzt detaillierter werden dazu müsste ich aber in den tagesschart gehen oder auf eine noch kleinere zeitebene das erspare ich uns jetzt denn das hier reicht schon mal da das alles vergangenheit ist für unsere zwecke vollkommen aus wir wissen wir haben hier wenn wir das mal kontrollieren eine saubere und ordentliche wellenzählung dann ist das hier eine sehr starke c muss man sagen und die welle 2 hat dann hier immerhin schon 87,6 prozent gemacht das heißt aber auch im klartext wir können jetzt hier unten wenn wir mal hier uns die null angucken bei 30 eine make or break linie ziehen da darf diese zwei nicht drunter gehen damit haben wir eine hilfslinie was hatte ich gesagt 30 30 ich bin gut behalten und nicht lange entschuldigung 30 01 so dann kann ich hier doppelt klicken auf meine mob und sage hier 30.01 jetzt sind wir seit ihr bin ich schon in dieser analyse ein stückchen weiter gekommen und jetzt muss ich aber erstmal schauen dass ich hier kleiner werde in den zeiten der zeiteinheit weil sonst kann ich die unterwelle nicht erkennen und jetzt verschiebt sich das alles ich muss jetzt diese zahlen erst mal gerade ziehen um die zwei kümmern wir uns gleiche nach da kommt erst mal ein retracement dran damit wir immer sehen können wie weit wir da wo wir sind und wie weit wir noch gehen können hier ist die 88,7 und da würde ich die erst mal auch hinsetzen wenn wir schon die 78 überschritten haben dann wäre das ja die letzte station sozusagen andernfalls jetzt müssen wir folgendes bedenken wenn wir ein unternehmen haben dessen emissionskurs zum beispiel jetzt hier 23 us dollar hatte und der kurs geht im weiteren verlauf noch mal da drunter dann bleibt dir nichts anderes übrig als auch die zeit vor dieser emission von diesem unternehmen zu betrachten die kurse die beginnen erst hier zum zeitpunkt des ipos und das war jetzt der zweite ipo 2015 und ich muss mal kurz schauen ob wir auch da einen emissionskurs haben ich schaue das mal eben kurz nach also wir haben bei paypal folgende situation als paypal im jahr 2015 erneut an die börse gebracht wurde da handelte es sich um einen spin-off von ebay also eine abspaltung von ebay und ebay hatte im september 2014 angekündigt dass es paypal als eigenständiges unternehmen ausgliedern würde ich erzähle euch das jetzt weil wir eventuell die zeit von davor mit berücksichtigen müssen denn dieses unternehmen hatte bereits eine geschichte vor diesem start der börse und diese geschichte zu kennen kann es dabei helfen einen besseren kurs zu finden der auch unter dem liegen kann was der chart uns jetzt zeigt deswegen erzähle ich euch das der erste handelstag von paypal als unabhängiges unternehmen das war der 20 juli 2015 zu diesem zeiten wurde aber paypal nicht an der börse neu gelistet wir haben ja auch das gleiche ticker symbol wie vorher sondern die ebay aktionäre die erhielten einfach für eine ebay aktie eine paypal aktie als dividende obendrauf und da ist sich also bei der abspaltung meine um eine dividende handelte gab es also auch keinen emissions kurs der festgelegt wurde weil die ebay aktionäre bedacht wurden mit einer paypal aktie als dividende das heißt der wert der paypal aktie wurde stattdessen durch den markt bestimmt die haben die aktie bekommen und dann begannen die ebay aktionäre sozusagen die paypal aktie zu handeln das war einfach basierend auf angebot und nachfrage und am ersten handelstag als eigenständiges unternehmen dann notierte die paypal aktie bei etwa 38 dollar pro aktie aber was passiert wenn wir jetzt hier neues tief machen üblicherweise ist das so wie zum beispiel bei palantir aktien die noch sehr jung sind da haben wir extrem starke rückläufe unternehmen die schon lange zeit etabliert sind wie jetzt auch hier schon paypal da ist das normalerweise nicht so hier könnten wir behelfsweise wenn wir hier tatsächlich diese make or break linie brechen sollten mit der welle 2 die wir hier rechts haben sollte die unter die mob gehen dann ist es durchaus erlaubt hier zum beispiel auf 13 euro runter auf 13 dollar runter zu gehen weil das der ursprüngliche emissions wert war und der hat sich ja nicht verändert nur angebote nachfrage hat sich verändert das heißt dann hätten wir hier letztlich und ich ziehe das mal runter bis auf 13 das war der emissionskurs und jedes unternehmen hat aber irgendwann auch mal bei null angefangen es wäre sogar statthaft hier die null anzulegen was ich aber jetzt trotzdem nicht machen werde so ich nehme jetzt einfach den emissionswert von circa 13 ungefähr ich habe jetzt 13 dollar 50 so wenn wir davon ausgehen dann haben wir hier rund 61,2 prozent bisher gemacht obwohl hier stimmt ja gerade irgendwas nicht warte lass mich doch mal eben gucken hier sagt 83,7 das ist der kurs von 61 entschuldigung ich habe mich hier fertig vertan wir haben 83,7 prozent gemacht und eben hat mir irgendwas von ich glaube 87 oder sonst etwas ähnliches das heißt es könnte das bisher noch runter gehen das stück zum beispiel möglich aber in wirklichkeit bedeutet das was wir hier sehen dass wir diese retracement schon mal weg machen können und dass jetzt noch dieses retracement kommen kann und dann kommt schon unsere mob aber die mache ich jetzt bei 13 oder bei 13 60 weil ich hatte ja eben die etwas höher gesetzt 13,60 ich mache das ein bisschen ausführlicher damit ihr wirklich wisst okay wenn ihr es genau machen wollt dann müsst ihr euch diese mühe machen wie mache ich das ganz einfach ich gehe hier in mein chat gpt und trage das da ein dann habe ich gefragt wann war der ipo von paypal und wo lag der emissionskurs dann sagt mir chat gpt paypal ging dann und dann an die börse bla 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 dann sagte ich okay welchen emissionskurs hatte paypal also 2015 erneut gelistet wurde weil er hat mir behauptet die wären erneut gelistet worden aber da hat er sich vertan dann sagte er nein es wurde nicht erneut an die börse gebracht das heißt ihr kommt mit chat gpt schneller zu eurer antwort als wenn ihr versucht das über google rauszufinden da müsst ihr alles mögliche lesen hier kriegt ihr eine klare antwort auf eure frage und ich nutze für meine zwecke das hier nur macht chat gpt viele fehler ihr müsst manchmal kontrollfragen stellen um den schlawiner zu überlisten ich mag zwar diese ki nicht aber für meine zwecke die ich hier einsetze wenn es um rein sachliche dinge geht diese wikipedia charakter haben dann ist das sehr nützlich und wikipedia benutze ich einfach nie weil es nicht weiß ich kann ich mag es einfach nicht und deswegen nehme ich halt jetzt dafür chat gpt und da habe ich die informationen rausgeholt die ich jetzt hier verwurstet habe so viel dazu alles sehr ausführlich ja ich hoffe ich habe euch nicht verloren ja gibt mir ein zeichen in kommentaren ob das für euch okay ist ob ihr sagt meine fresse ich schlafe hier gleich ein oder so ja dann ist es tut es mir leid dann muss ich mich in zukunft hier anders aufstellen so jetzt haben wir hier eine welle gemacht jetzt gehen wir mal in den tageschart und jetzt schauen wir uns den letzten rest hier an jetzt gehen wir hier und es dauert jetzt ein bisschen ja der bis der sich hier gefangen hat die b müssen wir noch mal richtig oben auf das top setzen damit wir sicher sind dass wir auch gleich hier die richtigen verbindungspunkte sehen so hier die adi gehört dahin jetzt gehen wir in den vier stunden start das dauert jetzt noch mal einen moment ihr müsst jetzt geduld haben ihr seht aber jetzt hier folgendes wenn ich hier in den vier stunden start wechsel dann langt meine kurshistorie in meinem fxcm kursen nur noch zurück bis zum ersten märz 2021 das hilft mir also jetzt nicht weiter das heißt ich kann auf dieser basis ist keine fünf in der welle a zählen deswegen bin ich ganz ehrlich ich lasse die welle a jetzt einfach unbeachtet ja da ich hier sonst keinen punkt sehe der für mich eine a sein könnte ist das der einzige der hervor sticht und dann hier ein neues hoch macht das heißt ich habe jetzt hier in der welle b eine korrektur eine abc ich sagte ja ich will es so machen dass ich euch mit nehme und die software motive wave ist dabei eine hilfe ich kann die jetzt selber ein zeichnen hier zum beispiel jetzt hier von der b geht es herunter in die welle c die allermeisten wissen von euch eine welle c ist eine fünfgliedrige welle jetzt kann ich das ganze hier mit der hand einzeichnen aber diese software bietet mir die möglichkeit hier jetzt diese welle c mit der rechten maustaste anzuklicken und dann sage ich okay mach mir doch hier mal eine impulswelle rein die muss nicht unbedingt richtig sein aber es ist einfacher eine impulswelle zu ändern als sie selber einzuzeichnen jetzt gehe ich aber noch mal zurück in den tageschart und dann guck mal noch mal da drauf dann habe ich hier eine etwas schwierige bewegung muss ich sagen jetzt gibt es verschiedene möglichkeiten aus meiner sicht weil wir haben hier wenig markante punkte also was hat er jetzt getan er hat mir hier eine einzeln gemacht hier eine zwei mit 14 prozent was nicht viel ist die aktie ging so runter die hat in dieser ganzen zeit kaum korrigiert hier aber diese drei hier die hatte mir jetzt hierhin gesetzt obwohl die zwei wo die landen sollen hier oben steht das heißt die drei die vier und die fünf das passt jetzt alles nicht zusammen er hat für diese welle drei folgende ausdehnung benutzt 100 prozent hat er jetzt hier benutzt also jetzt sage ich erst mal ich mach das wieder weg ich mache wieder die verbindungslinie zwischen der b und der c da rein und versuche diesmal was er mir auswirft wenn ich es als ein ending diagonal kennzeichne ein ending diagonal kann in einer welle 5 oder in einer welle c sein so dann hätte aber hier die 3 dann wäre das die kürzeste welle die welle 1 hat 242 punkte gemacht die welle 303 punkte und die welle 5 würde 186 punkte machen es sei denn wir wären jetzt hier bereits fertig oder er würde nur noch bis hier gehen bis zu 88,7 dann hätten wir eine sehr ausgedehnte welle 1 hier eine 2 eine 3 eine 4 eine 5 es gibt aber noch eine andere zählweise und dazu mache ich wieder das sind die normale impulse weiter rein leute lasst euch nicht verwirren ja ich hoffe ihr könnt mir noch folgen das heißt ich habe jetzt eine impulswelle versucht wurde mir eine 3 ganz unten macht dann habe ich jetzt ausprobiert wie sieht das ganze aus wenn ich ein ending diagonal daraus mache und jetzt mache ich noch mal was jetzt sage ich ihm wieder ok machen wir hier eine impulswelle rein aber was sehr oft passiert ist dass wir eine ganz kleine 1 haben dann hat die 2 aber zumindest einen halbwegs vernünftigen rücklauf von 69,2 prozent wir haben auf dem tiefsten punkt des ganzen wo war der eigentlich ich kann es kaum sehen ich vermute hier haben wir eine extrem ausgeprägte 3 die hätte dann in diesem fall gemacht einen rücklauf von über 423 prozent was aber okay ist also das ist überhaupt kein thema und da wo der vorher die 2 hingemacht hat erscheint dann unserer 4 die dann auch einen vernünftigen rücklauf gemacht hätte mit 15 das heißt mit 14 prozent zum beispiel hätte der schon seinen dienst getan und dann würde jetzt noch eine welle 5 kommen hier unten die wir erst mal oder das ende der welle 2 vielmehr was wir erst mal im bereich hier auch von 88,7 positionieren können wo es natürlich möglich ist dass das ganze noch mal sich ein bisschen verändert aber das wäre jetzt die größte wahrscheinlichkeit es passt also motive wave neigt dazu wenn man automatische wellenzählungen nutzt wie ich das eben gemacht habe extrem lange einsatz zu machen und traut sich auch extrem kurze dreien rein zu machen meistens ist das aber falsch ich nutze dann diese funktion gucke mir erst an wie das aus sieht und passe dann diese bewegung an meine einschätzung an für mich ist das hier plausibler und jetzt können wir noch mal schauen was passiert denn wenn ich das noch mal unterteile hier dann mache ich in diese drei noch mal eine impulsbewegung rein dann haben wir eine 1, eine 2, eine 3, eine 4, eine 5 das sieht dann wieder sehr sauber aus und so funktioniert das dann auch hier wird es ein bisschen schwierig jetzt an dieser stelle hier das wäre eine 1, eine 2, eine 3, eine 4, eine 5 aber wenn wir eine ausgedehnte 1 haben dann werden wir hier jetzt wenn wir jetzt nicht zwar also wenn die 2 jetzt nicht über die 100% rücklauf gehen soll dann können wir hier keine besonders lange 3 mehr haben das ganze kommt dann bald zum stillstand hier ist das gefährliche an der sache dass man hier schon meinte der wäre schon lange fertig gewesen mit der ganzen bewegung der hätte hier oben schon fertig sein können deswegen zeichne ich immer in meinen charts das gesamte retracement ein ich mache das mal hier jetzt rein so das gesamte retracement eines sage wenn wir jetzt hier noch gewesen wären im zeitlichen verlauf im März gewesen wären und wir kommen runter dann hätte ich erstmal die welle 2 im bereich 61,8 prozent positioniert wahrscheinlich hätte ich sie sogar tiefer positioniert weil diese bewegung so stark impulsiv fallend gewesen ist dass ich schon damit gerechnet hätte dass diese 2 diesmal tiefer kommt hätte sie hier irgendwo positioniert ich lasse dann immer das gesamte retracement stehen und sage dann liebe leute hier könnte es enden aber ihr müsst damit rechnen dass die welle 2 auch auf einem der tieferen retracement endet das sage ich dann immer dazu ja also diesmal sehr sehr ausführlich weil das wichtig ist so und jetzt ist es so dass wir die 78,6 schon gerissen haben die mache ich weg jetzt kann zwischen hier wo der kurs jetzt ist und hier unten bei 88,7 alles passieren alles passieren jetzt wird aber wahrscheinlich erstmal eine welle 5 hier unten kommen und jetzt ziehe ich das ganze noch mal zusammen Entschuldigung das ganze mal gucken hier da haben wir jetzt eine 4 und hier würde ich jetzt meinen jetzt haben wir verschiedene möglichen 1 2 3 4 5 das kann eine 1 sein dann wäre das eine 2 aber dann ist das noch keine 3 dann ist das noch keine 3 dann ist das eine 1 2 3 4 5 wir müssen jetzt wieder mal zaubern also ich mache erstmal wieder eine automatische impulswelle rein dann macht er es so und zieht mir die 3 hier hin aber die 1 kann genauso gut hier sein das ist überhaupt kein problem dann kann ich hier auch eine 2 machen und dann hat diese 3 jetzt messe ich diese 3 hier indem ich das die extension daran mache dann hätte diese 3 hier unten dann könnte man die irgendwo bei 123 prozent machen die 123 prozent sind neben der 161 häufig anzutreffen in den unteren wellengraden und wir sind jetzt schon bei den etwas unteren wellengraden so und hier hätten wir dann das ist jetzt wieder so ein bisschen problematisch hier wieder eine vernünftige 5 zu zählen die 4 und die 5 die passe ich gleich an das ist 1 2 dann wird diese 3 hier auch kürzer die wird dann irgendwo hier landen die 4 wird irgendwo hier landen sollte aber nicht in die 1 reinragen und hier diese 4 da haben wir die 3 diese 4 die landet dann letzten endes hier irgendwo in diesem bereich und da haben wir die 5 so jetzt ziehe ich das hier noch ein bisschen zusammen jetzt kommt die kosmetik sozusagen und das sind jetzt die retracements die passieren können sollte die 3 die 161 prozent machen dann weiß ich dass wir hier mit der welle 2 nahe der 100 prozent grenze kommen werden dass die über die 88 7 geht das wissen wir aber heute noch nicht also vorsichtig das ist jetzt das wahrscheinlich im weiteren ich mache jetzt nicht die unterwellen hier noch rein also das sollte uns jetzt reichen und dann schauen wir uns den weiteren verlauf an das heißt wenn die welle 2 ich mache jetzt das so tesse von der 3 hier weg das stört mich gerade irgendwie hier lasst mich das weg machen ich möchte hier was sehen ein moment bitte da ich jetzt liebe freunde gerade durch ein telefonat unterbrochen wurde und auf pause klicken musste bin ich ehrlich gesagt nicht mehr so hundertprozentig sicher wo ich genau geendet habe aber ich weiß noch genau was ich machen wollte hier bei paypal und da gehen wir jetzt nochmal eben drauf da sind wir wieder wo es denn jetzt anschließend weitergeht ja ich kann jetzt leider dieses video was ich einmal angefangen habe nicht zurückspulen und hören was ich als letztes gesagt hatte aber hier kam jetzt leider einiges gerade dazwischen hier ist die 2 in diesem umfeld zu ende hier das muss ich mal eben weg machen so und diese 2 ist hier zu ende jetzt gehen wir mal auf den wochenstart und dann schauen wir uns mal an was danach passieren sollte und alles was ich jetzt gleich sage geschieht unter der voraussetzung dass die 2 hier unten irgendwo zu ende geht dass die mob nicht reißt und so weiter und so weiter hier ist die welle 3 die der 2 folgt und die müssen wir jetzt einmal kurz messen ob die auch tatsächlich ihre 161 hat die hat sie hier so gut wie so und dann können wir hier in diese welle 3 das kann motivewave automatisch machen und zwar wenn ich das hier nutze da habe ich jetzt gerade miss gebaut so da nochmal rein wenn ich hier auf impuls drücke dann macht er mir erst mal eine mustergültige 1 2 3 4 5 nicht dass die genauso kommen muss aber diese 5er bewegung genießt jetzt die größte statistische wahrscheinlichkeit so könnte man es in etwa ausdrücken so und hier haben wir jetzt die 1 2 3 4 5 jetzt gehe ich zurück in den tagesschart und dann können wir hier eine weitere 5 einbauen im tagesschart das ist dann diese 5 hier und hier ziehe ich auch wieder die 2 auf 61 prozent das ist jetzt erstmal bis auf weiteres bis wir mehr wissen kommt die erstmal auf 61,8 ungefähr kommt sich jetzt nicht so hinterm Komma so genau drauf an so und dann können wir auf den 4 stunden chart gehen haben dann nochmal hier oben die 1 und hier machen wir nochmal eine 5 rein und so rechnen wir das runter und dann haben wir jetzt ungefähr die Marken die dann eine Rolle spielen werden und jetzt habe ich euch quasi einmal komplett durch dieses Programm geführt von einer leeren oder von einem leeren Chart hin zu einer fertigen Analyse wie man sie machen kann und das wäre dann aus meiner Sicht jetzt die momentane Analyse für die Paypal Aktie nach unten hin habe ich schon ganz klar gesagt kann ab jetzt jederzeit das ganze umkehren aber diese Bewegung die wir gerade machen sieht danach aus dass dann noch etwas kommt und deswegen habe ich jetzt hier erstmal das nächste anliegende Retracement bei 88,7 genommen basierend auf dem Emissionskurs von 13 Dollar beim IPO um eine möglichst große Genauigkeit zu erzielen und so analysiert man das ganze und am Ende hat man dann eben das Ding fertig da kann man jetzt noch ein paar Sachen ein paar Zonen rein machen hier eine rote Support Zone oben eine Resistance Zone man kann alles mögliche machen aber so sollte es reichen und so gelange ich und so gelangt ihr dann zu einer fix und fertigen Analyse wenn es euch gefallen hat dann freut mich das nicht nur sondern ich bitte euch dann auch hier einen entsprechenden Kommentar dazulassen gerne auch mit euren Einlassungen ob ihr das auch so seht oder ob ihr das anders seht lasst auch ein Like da und wenn ihr mehr sowas haben möchtet das was ich eingangs schon ausführlich beschrieben habe dann denkt bitte über eine Kanalwirtschaft nach und man kann dann durchaus sowas öfters machen alles Liebe und ganz herzlichen Dank von Frank Schuh von Elliot Waver Live und an seines dark weiter und wieder ruhig voulais corfischer